Jau, da sind wir wieder! Ich war irgendwie kurz woanders gespawnt, ihr seht ja, ich bin hier gespawnt. Von wo bist du gekommen? Von da. Wo ist denn da dieser Zaun, wo ich eben stand? Keine Ahnung. Aber wenn du mal da rüber guckst, ne? Diese Lichtstrahlen. Welche Lichtstrahlen? Ja. Sieht aus wie bei uns die Disco. Hey, lass uns hier zu dieser Lager hier oben gehen. Na stimmt, da war ja was. Eishockey spielen! Ich bräuchte ne neue Nahkampfwaffe. Und ne Magnum. Oh, ich glaub hier war das. Da ist jedenfalls das Häuschen hier. Hier haben wir mal ein Motorik gemacht. Magnum? Oh, das hätt ich gern jetzt auch. Mhm. Haha. Katsching. Hättest du auch gern Magnum? Nee. Oh. Kuckuck. Oh, wo bist du hin? Auf der anderen Seite der Scheune. Rein gelaufen. Oh, was ist denn hier los? Eine Rotten Kiwi. Schuhe. Brauchst du so ne taktische Hose? Ne. Mit 6 Slots. Ich hab hier was gefunden und würde gerne wissen, was das ist. Nein, ich hab so nen geilen... Portable Gaslamp. Ne, mein Mist. Kennst du so nen geilen Sonnenstrandhut, so nen Strohhut? Ja. Hab ich in Orange hier. Hm. Holzfällerhemd gefunden. Sieht auch nicht mehr gut aus. Ja, da war nichts. Okay, da war auch nicht mehr viel. Ne Portable Gaslamp hab ich jetzt gefunden. Ich habe, äh... Warum hab ich denn... So, ich hab nen großen Gasconist, äh... Und nen kleinen. Und nen Topf hab ich. Na gut, dann können wir ja Fleisch braten. Sofern wir mal was finden. Jo, geh mal weiter da. Da raus. Danke. Ey, warte mal. Jaaaa? Hast du ne bessere Hose als diese TTSK Opens? Ne. Ich hab die hier, genau die. Oh warte mal, meine ist ruiniert. Und die ist nur damaged. Wieso? Weiß nicht, ob... Kannst du aus Hosen auch Bandagen machen? Nee, ich glaub nicht. Eee. Ah, eee. Das war was. Adda. Ich hab Morphium dabei, wenn du was willst. Wrecks hab ich noch. Ist das Matchbox. Bohnen. Und Salsion. Nee, ich kann das nur inspekten. Udi. Warst du in diesem Hütchen hier schon? Waren wir hier schon drin? Geh du mal links dort in dir. Wageheim. Marvin, das war schon ein blindes Verständnis. Hast du das mitbekommen? Links gelaufen. Ja. Ich wollte dich doch nur testen. Ja, natürlich. Oh, was haben wir denn hier? Spraydose oder was? Green Spray Paint. Geil. Damit kann ich irgendwas sprayen. Willst du in meine Kantine kommen? Paint Firefighter X with Green Spray Paint. Warte, das mach ich gleich bei dir. Wo möchte ich hin? Äh, in meine Kantine hier. Warte. Dommel. Warte mal, wo ist denn die überhaupt? Hier in dem Haus. Wo ich reingegangen bin. Ach so, ich dachte, das wäre hier dieser Stand. Okay. Guten Tag. Ihre Bestellung bitte. Komm hier nicht rein. Hallo, ding dong. Komm nicht rein. Pfff. Was hätten Sie denn gerne? Ähm. Hm, was haben Sie denn so im Angebot? Äh, ich hätte da... Ähm. Wasser. Okay, Schluss mit... Schluss mit den Spielchen. Ah! 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 Ähm. Ja, wie gesagt. Schönen Tag noch. Ah! Hier ist ein Motorradhelm. Ja, ich hab einen. Meiner ist genauso heile. Hm. Hä. Das fühlte sich ja sehr... Das fühlte sich ja sehr... ...unversichtlicher. Meiner ist genauso heile. Aber genau... Oh, was ist das? Iiiiih... Schon wieder so ne... Ne, die ist noch heilbar, ne? Ne. Eine vergammelte, die heile ist. Das ist ja... Sehr gut. Was liegt denn da? Wieso Rotten Green Bell Pepper? Ah, 25. Wo ist denn die heile? Da steht Pristine. Könnte man so ein Teil mitnehmen, ne? Wäre ja zu geil. Im... Im Rucksack noch. Am besten. Ja, ein Rucksack im Rucksack. Muss man wirklich machen. Warten Sie. Ich guck in meinen Rucksack. Oh, da ist ja noch ein Rucksack. Ich guck in den Rucksack. Wie bei Spongebob, ne? Mit den Taschen. Ja. Ich geh mein Haus weiter. Ne, ne, hier waren wir schon. Zwei erwachsene Männer, die sich über Spongebob unterhalten. Mhm. Erwachsen? Gut. Vom Alter her schon irgendwie. Ja, geht so. Okay, lass mal was, äh... Weiter gehen. Hier waren wir ja schon. Das Haus hatten wir. Ja, wir waren hierbei schon. Ich hätte jetzt gesagt, das war nach Elektronummer gehen. Elektro. Die Stadt der Elektronen. Baumfeld! Oh, ich kann das nicht. Guckuck! Wir schwingen die Axt symmetrisch miteinander. Tötchen. Der umere Engel. Wieder nichts. Er ist. Ah, so eine rote russische Mütze. Hm. Galinga, galinga. Oh, was ist das denn hier? Oh, ne roten Zucchini ist die lecker. Hm. Hier haben wir nichts drin. Oh, hier ist ein Bach. Komm, wir gehen. Äh, Tatsache. Ich wollte das ja mal ausprobieren mit dem, äh, auffüllen der Wasserflasche. Geht aber irgendwie nicht. Also, wenn ich jetzt von meiner Wasserflasche was trinken tue. Ja, meine hat null Prozent. Also ich hab zwei. Eine voll und eine null. Ich hab ne Water Bottle. Vielleicht geht das ja, wenn ich die hier in die Leiste ziehe. Dann auf vier gehen. Drink water. Drink. There's nothing left. Ich kann die auch nicht auffüllen oder so. Ja, hier, äh, in die Hand nehmen und dann Fill Bottle. Ja, du hast so ne, du hast so ne Wasserflasche. Ich hab hier so eine Plastikflasche. Das geht aber bestimmt auch mit der normalen. Ah, ja, Fill Bottle. Jo. Eine Flasche oder was? Geil. Wir haben's rausbekommen. Yay. Guck mal. Ich tauche. Jo, ich geh voll unter. Philipp! Echt? Echt? Oh. Nein, hier ist schon wieder so ne Stelle. Haha. Wo ich sinke. So, aber die Plastikflasche will irgendwie nicht füllen. I'm completely sinking. Swunking. Swunking. Also die... Was? Pour Water Bottle into Canteen. Dann geht das doch bestimmt weg. Ah ja, was ich mal jetzt testen wollte... Jo, geiler Baum. Guck mal bitte auf meine, auf meine Axt. Auf den... So hinten. Ja. Oh. Ops. Ja. Oh, du hat zwei eben. Jetzt ist die grün. Echt? Guck mal. Die ist grün. Erkennt man mich noch weniger. Echt? Bei mir ist fast alles schwarz-weiß. Was? Verstand was? Force Drink Water Bottle. Force Drink. Hier. Lutsch... Was mach ich da? Trinkst du gerade? Ne. I'm starting, forcing, Teal-App to drink. Ah. Ich hab dir was zu trinken gegeben. Warte. Da obsch. Warte, ich füll das noch kurz auf, dann können wir weiter. Wir spielen hier irgendwie viel zu sehr rum. Ja. Ist mir ein bisschen aufgefallen. Antibiotika hab ich acht Stück. Ich hab nur... was ist das denn das hier? Matchbox? Was ist das? Geil, ich hab acht Antibiotika-Zeugel. Ich hab ne Karte. Das um das im Arsch, das kann ich wegwerfen.